Herzlich willkommen Boys & Girls zu einer wunderbaren neuen Folge Sniper Lead, könnte man sagen, oder? Ich hoffe, wir kriegen das heute durchgespielt. Ich meine, wir haben, wir schaffen das heute, denke ich mal. Wir haben noch drei super tolle Level für uns, wo wir die wunderbare englische Synchro genießen dürfen. Ich sehe schon ein Sniper von dir aus, oder? Ist das ein Sniper? Ich glaube, ja. Lol. Den klatsche ich. Was? Okay. Ist weg. Hatte kurz 8 FPS, aber ist weg. Alarm, was? Alter, das geht gar nicht. Ich habe mir heute Morgen, außer zwischen KIA, genau das brauchte ich. Ich habe heute Morgen Kornflüsse gegessen, habe mir die Kornflisschale am Aufstehen umgerissen, habe mir die ganze Milch über den Fußbogen und die ganzen Kornflüsse zu die Gegend geschleudert. Und ich habe die Hose zum Trocknen hingelegt. Jetzt ist die halt so voll steif durch die Milch. Das ist richtig komisch. Ich muss die unbedingt waschen, Alter. Geht gar nicht. Soll ich jetzt irgendwas dazu sagen? Das war Storytelling hier, ja? Ich dachte, ich komme irgendein Spruch vielleicht auch noch über die steife Hose, aber ich staure, ich bin positiv von dir überrascht, ja? Man sieht einfach gar keine Leute hier, ne? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen verwundert. Oder ist es einfach bloß so, es gibt keine Leute hier. Es gibt bloß Sniper oder so, ja? Ja, das wär's. Oh ja, gegen Bots snipen, ey, das wär nice. Ey, die Sniper sind Bots. So, was müssen wir denn machen? Galvani finden. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wo? Was haben die Steine gemacht? Der Turm ist einer, in den runden Turm. Oh! Ich hab Corona, tut mir leid. Oh! Die Mirona. Ich hab Corinna, tut mir leid. Das Wasser sieht absolut scheiße, diese Spiele aus. Alter. Meine Fresse. Jetzt hat ich eine Animation, wenn ich durchlaufe. Er muss ins Spiegel. Sie werden? Ja. Die sind pisst. Richtig verwöhrend hier. Ich weiß, was du meinst. Ich hab keiner, wo die Blitz stehen, Alter. Ich auch nicht. Man sieht sie halt nicht. Oh, ey, du bist halt wieder GG. Ja. War mit Skill kack gespielt. Ich hab mich da einfach nicht gesehen. Hä, das ist doch bloß eine Blume. Die können dann da irgendwo ein Kopf sein. Dann hab ich mal, ja, die gespottet. Okay, danke dafür. Ich will erst mal die wichtige, äh, spielentscheidende MP-Mudition looten, würde ich sagen, oder? Ey, wollen wir hier unten rein? Ja, ich glaub du, ich hab eine Leiche gefunden. Oh, die hatte Gewehr-Mudition mit, alter Jackpot. Ähm, lass uns mal gerade kurz gucken. Müssen wir alles hier machen? Oh, alter, das ist so anstrengend. Die Augen gehen einfach da unten einfach rein, ne? So, holt man das rum nicht. Das ist ein echt seltsamer Schacht. Wieso hat jemand sowas erfunden? Ich guck mir den gleich mal an. Der ist ja sowas von unsicher. Der ist ja super gesichert, muss man sagen. Bist du da, wo ich bin? Hast du gerade, hast du gerade eine Handvoll Loot eingesammelt? Die Handvoll, einen riesen Haufen Loot? Alter, was ist das für ein komischer Gang? Was ist das für komisches Rohr? Du musst mal gucken, wo der ist, alter. Und die Kabel, die enden einfach da, okay. Cool, dass die Kabel einfach da ist, okay. Das ist nicht mal eine Luke oder sowas. Oder Achtung, nein, da fällt man einfach runter, dann. Hm. Bist du hochgegangen? Ja. Gut, gut. Mann, wie die auf Franzackisch lauern wieder hier. Franzackisch, alter. Wollen wir die einfach so weg snipen, silent? Ja, ich hab bloß, ich hab bloß, ich hab bloß, ich hab bloß übertönt, das sollte kein Triggern eigentlich. Hat gerade geleckt. What? What? Mit Taktik, dass du keiner den Leichen sieht, aber wie? Ich hab eins zum Übertönen angemacht. Nein, was? Achso, ach, das ist das Ding. Ähm, Explosion machen, das dürfte ich nicht hör, welche Betöne, oder? Nö, wir hören sie nicht. Easy. Vorsicht, im Turm, bei uns ist einer drinnen. Ja. Du musst jetzt die, ich snipe die erstmal aus hier. Alle weg, die mir auf den Pils gehen hier. Sehr schön. Wie ist das alles geklärt? Wollen wir einfach über die Burgmauer und... Sieben Gewehr Munition. What? Jackpot? Wollen wir einfach einmal auf der Burgmauer rumgehen und dann einfach, um einfach alle von außen weg zu klatschen? Zuerst die Leichen, die wir hier eben getötet haben, gelootet und dann würde ich rumgehen. Möchtens machen wir das jetzt so. Weil ich habe nur 14 Schuss, deswegen. Oh ja. Meine Fresse jetzt! Ach. Ich habe aber auch nur noch 14 Schuss, ich weiß, ich brauche auch Loot. Dann nimmst du den Rest. Wo ist das denn da? Ist der noch Rest? Kriege ich ja 15 mittlerweile. Oh, drei Pistolenmulzungen. Oh, und ein Teller, das ist wichtig. Traurig. Man, das ist halt einfach so eine englische Synchro für ihn. Warum, warum sie hier nicht die deutsche Synchro reinpacken? Die gibt es ja schon. Aber nein, aber wir packen. Sniper, 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 Sniper. Ich habe keine Ahnung wo. Kannst du, okay, schadens. Hätte ich gesagt, markieren einfach, aber wenn du noch nichts gesehen hast, dann ist es auf. Ich habe bloß gehört. Ach, der ist da oben. Oder wo? Hä? Wo sollen wir zu Köln? Wenn wir nicht markieren, dann versuchen wir so eine Bayer zu killen, okay. Ich sehe ja nicht. Ich sehe nur das Licht. Ne, da wo das Licht ist, ist der Sniper, ne? Ich weiß, ich habe die guten Streats hier wieder am Start. Ach, da hinten. Was? Da kam das Licht aber nicht her. Hä? Ihr wird's verbuggt. Mach's weg. Verbrennen die hier Bücher? Ja. Ja, die haben wirklich Bücher hier. Die Schweine. Was soll man denn lesen sonst, ja? Okay, haben E-Books, alles auch noch. Wie egal, sie nicht pisst sind, wenn sie Leiche sehen? Aber egal, was soll die machen, die wissen ja nicht, wo die herkommt. Also kann ich theoretisch auf explizite Fässer schießen oder nicht? Weil das macht es ja nicht rot, oder? Macht es die rot? Ne, die wissen ja nicht, wo der Schuss herkommt. Ah, Mann! Wirklich jetzt? Ah, jetzt komme ich rüber. Ja, na klar. EG dafür. Ich versuche die zwei auf der Mauer wegzuholen. Dann zwei auf der Mauer? Shit. Ich bin noch ein Sniper, Alter. Läuft. Oh, danke. Bitte. Bleib wachsam. Weißt du, aber die schreiben doch auf Deutsch, oder was? Bleib wachsam. Bleib wachsam. Ich sehe den Typen nicht, aber der kann mich spotten. Das finde ich echt schön. Das Sniper lädt. Wo denn? Ich gucke den Typen in die Fresse und ich sehe ihn nicht. Ach, er ist da oben auf dem Dach. Oh. Oh, 7D, das wir looten sollen. Der hat einen neuen Schuss mit. Warum ein Sniper? Die verlasst du jetzt? Ich habe gerade 40 Schuss noch. Ja, ich habe 31, ne? Dann ist alles schick. Das ist riesig, das Teil hier. Das ist riesig. Das ist riesig. Du musst aufpassen, da oben. Weißt du, sie sehen uns von hier unten? Von da oben da oben? Oh. Ich will den Eifen. Mach. Ähm. Wenn der Herr guckt, töte ich ihn. Ich trice. Spritten soll ich nicht, oder? Ne, musst du so ranschleichen. Oh. Alle stehen. Bleib länger stehen. Ja. Aber das wäre ein guter Bonus, wenn man einen Nahkampfkipp hat, dass er instaggelooted ist. Das wäre halt ein schöner Bonus, ja? Das sieht, dass es ein bisschen mehr lohnt. Ich habe es eben gleich gesagt. Jetzt zieht er weg. Auf der Brücke irgendwo. Da. Ich sehe ihn nicht. Er hat den Bäumen so ganz knapp, glaube ich. Da hinten. Was? Ich sehe nur sein Arm rausgucken. Was? Das ist nicht mal verbrückt. Das ist irgendwo im Arsch der Welt. Oh, meine Herren. Was? Ich gehe raus. Okay, der ist klasse. Der habe ich spottet. Was wollen wir machen? Ich töte ihn. Warum hast du keine Goldsnapel mehr? Doch. Ich habe nichts gesagt. Ich bin bloß ein bisschen schattig. Da ist einer. Wo? Da war einer. Das ist ein bisschen weg. Ich werde dir leichter markieren. Ja. Ich habe mal diesen Skill zum leichteren markieren. Das sind zwei oben im Turm. Na, die auf der anderen Seite waren auch zwei. Achso, nein, das waren die. Dann werden die hier hinter der Mauer stehen. Pistolenmuitionen. Stoppermine. Fünf Gewehrmuitionen. Das ist doch schlecht. Nicht schlecht. Oh. Ja, das ist das Zodostrom. Wieder 80 Millionen. Die Willkommen rein, ich versuche. Lettlich noch einer. Ich versuche. Mach du den hier vorne. Der Sniper hat mich gespottet? Kriege ich den? Der Sniper. Ass. What? What? Wenn der Sniper einspottet, sind alle Pistole oder was? Als ob, Alter. Seems legit. Renn halt zu mir. Wenn die durchpushen, kämen wir an der Tür. Würde ich sagen, oder? Solange die nicht von hier oben kommen, ist alles gut. Von oben können sie nicht kommen, glaube ich. Die ist scheiße, wenn sie von rechts kommen. Da kommt gleich der erste. Und eine MP-Rohne, würde ich sagen. Komm noch zwei, drei. Ich schieße dann, wenn du nachladen musst, okay? Ja, wir können gleichzeitig auch schießen, ist scheißegal, oder? Jetzt stehe ich hier halb im Headlitz. Okay, haben sie nachher mitgedacht. Kommt keiner mehr für den. Als ob die jetzt uns nicht wegpushen, obwohl sie Pist sind. Da hätten sie welche sieben. Meine Fresse. Du eklige, er ist auch mal auf da. Was? Mann, ey. Wenn der durchpush, bist du tot. Was? Was? Was passiert? Was passiert, Steven? Der schießt von oben da durch. Was? Ich habe ihn schießen, oder wo? Guck doch mal. Was für ein Arschloch. Da oben durch die Brücke hat er geschossen, ne? Da kommt einer, da kommt einer. Ja. Ist down. Der donate. Er tötet sich selber mit... Lol. Ist die KI, ist ein bisschen komisch. Pistol MP. Alter, wie wollen wir die alle klatschen? Das wird interessant. Wer heilt sich da gerade? Nee, ich habe die Falle entstärft. Achso. Jägerkill. Oh, Jäger haben wir immer das Snipermonie mit, oder? Oh, ich habe eh schon 55, aber ey, was soll's. Brauchst du Loot, Steven? Ja, ich sammle gerade. Ja, warum die hat... Achso, ich habe die Generalle, die gerade, da die ganze Pistole wird. Komm mal hier durch. Danke, wir. Wir sollten hier zusammenbleiben. Das könntest du sonst sehr schmerzhaft enden. Gewehrvoll, okay, das brauche ich nicht. Ja, der Sniper ist ein kleiner Cheater. Hm. Wie alle anderen hier auch, oder? Wo bist du hingelaufen? Bist du hier hinten rum? Hey. Wo bist du hin? Sniper ist tot. Ich glaube, ich pushe die anderen weg. Die, die... Oh, fuck. Ja, was die Treppe hochgerannt, Möne. Ja, hier stehen 30.000 Leute im Treppenhaus, Alter. Ich muss ja looten. Die MP geht zu schnell alle hier. Mann, der ist looted auch. Pistol voll, ja. Alter, ich brauche MP-Munition. Einfach den Typen gefreut. Du killst mich da nicht, oder? Boy? Ach, jetzt killst du mich, oder was? Versuchst du es zumindest, weil du es schlecht schaffst, aber nicht. Ja, Pech. Okay, gehen wir gleich hier hinten hin. Hier ist doch noch irgendwas, oder? Weiß ich nicht. Alter, ich hab... Alter, ich hab so wenig MP-Modiz, ich hab 90. Es geht, aber... Könnt besser sein. Man kann maximal 100 haben. 140, oder nicht? Ich hatte 140 vorhin. Ich hab nur 120 gerade mal. Ja, ich hab auch 140. Was ist denn hier? Okay, irgendeine Vorlesungssaal? Oh, was liegt denn da ein nettes? Binde, Spieluhr und... Das ist alles bloß shit. Irgendwelche Nades. Ich will keine Nades haben. Komm, wir suchen jetzt schnell die Spiele, und dann machen wir die anderen Missionen da hinten. Du bist ja schwer lang gerannt. Älter. Hier, beim Treppenhaus hochpusht, den 30 Fallen im Treppenhaus. Bei mir war da nicht einer. Aua. Aua. So. Bei ihr mich mal kurz. Aua, macht das. Aua, ein paar Kills. Was, wer wirft ihr mit Granaten? Hallo, in der Bücherei. Du wirst nicht mit Granaten geworfen. Kennt ihr denn die Bücherei auch nicht, oder was? Keine Nades in Libraries, ja? Steven... Laps ist einer, eine Laps ist einer, ne? War ein guter Call? Ja. Oh, 6 MP Schuss! Alter! Die gönnen heute, Steven, die gönnen. Ah, da ist auch noch einer! Das ist auch noch. Oh, shit. Hier ist eine Menge pisst gerade. Ich habe ganz viele Spotfighter gehabt eben. Ja, ich merks. Der kann aber eigentlich relativ gut snipen. Eigentlich, ne? Von der Frau... Oh, Mann, Alter! Die sind richtig pisst, die Kinder hier. Was ist der Helle? Wenn ich eine Spieluhr wäre, wo würde ich mich verstecken? Das ist die richtige Angegensweise, Steven. Ich weiß. Ich glaube, ich habe sie 20 Meter nur noch. Hallo, das Spiel, ich will nicht den hitten. Wenn du stirbst, kann ich dir nicht helfen. Mann! Was ist das? Letzt, wenn ich schießen möchte, oder was? Du hässliches Spiel, Alter! Jo, 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 chill. Tot. Dein Ernst? Jo. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Alter, jetzt... Ja, ich habe es getroit, aber der muss mich wegpushen. Alter, ich habe es getroit, nicht zu sterben. Jetzt geh doch drauf, danke. Das ist schon mal ein Zufall. War fast bei der Spieluhr. Du hast einen schönen Bus... Alter, ich habe... Ich schieße und das habe ich ein Standbild, ja? So eine dumme Kacke, ey! Kann ich wieder zurückrennen, danke. Kleine Husos da hinten. Wir draußen einfach sind, ey. Was ist da los? Ich hoffe, wo ist der jetzt sterben? Du schießt von da unten weg mit dir. Der ist tot. Du schießt denn nicht mehr auf mich? Wo schießen die denn? Frag mich nicht, ey. Irgendein Kack-Sniper schießt auf mich, ich weiß aber nicht von wo. Ja, wahrscheinlich einfach bloß ein Jäger, oder? Was zur... Mann, du kannst mich gar nicht sehen, der hat Hexan, der hat Hexan, alles klar. Der kommt mit Raketenwerfer. Mach den weg. Kommt der hoch? Anrücken, Männer. Meine Fresse. Da hinten ist einer. Der ist auch down. Der ist auch down. Den sehe ich nicht. Siehst du ihn? Wen denn? Oh, hier unten ist einer. Da komme ich auch definitiv nicht ran. Du mit den scheiß Wallhack, Mann. Der spielt auf Corner mit seinem Trigger. Der spielt auf Corner mit seinem Trigger. Ah! Da kann man richtig gut durchsnipen. Aber es pusht keiner, jo, ich staune. Okay. Gerade von geredet hochgekommen. Hey, alle haben mich gesehen, never. Gar keiner hat mich gesehen. Ich muss erst mal looten, ich habe keine MP-Munition. Ich loot auch mal fleißig erstmal hier. Oh, sieben Gewehr-Munitionen. Die wollte ich jetzt aber eigentlich nicht haben. Zwei Pistole-Munitionen. Ach, wie nett ist das denn? Oh, nochmal Pistole. Ich will aber keine scheiß Pistole-Munitionen haben. Shotgun-Gewehr. Alter, Steam. Ja, wirklich. Egal, was zu haben, wenn du es haben möchtest, bekommst du es einfach nicht in diesem Spiel, Alter. Was? Außer Stellamin, Tretmin, Stolpermin, Hanggranaten. Das bekommst du hier an was. Ich meine, das ist ein Sniper-Spiel. Da muss mit Nades umsichtgeschmissen werden, ja? Ich habe mir heute wieder so eine Brot-Chipse gekauft, wie beim letzten Mal. Das ist heute mit Salami-Pizza-Geschmack richtig geil, Alter. Schmeckt halt wie Salami-Pizza, ne? Keine Ahnung, wo du das Zeug findest, ey. Plus, dass trocken Brot ist. Hä, das ist eine ganz bekannte Marke, die sowas herstellt. Ich habe aber keine Ahnung, wo du es herbekommst. Hä? Einfach im Supermarkt. Das sind die meisten. Also die, die ein bisschen größeren, haben das eigentlich. Bei den Chips steht sowas. Ich habe nämlich noch nie gehört, deswegen. Ich explane dir das mal nach dem Stream, wenn ich so denke. Der MP? Oh, der spielt Shotgun, oder? Oh, der spielt MP. Oh, sieben. Panzerfaust-Gefechtskopf. What? Ja, der hat eine Panzerfaust gehabt. Ich wollte dich ja nicht haben, aber die ist weg. Ja, ich frage mich, wo man RPG herbekommt. Kann man das irgendwie freischalten? Ne, das kannst du wirklich nur finden. So wie das MG. Es gibt einen MG? Ja, es gibt einen MG. What? Du hast, glaube ich, 20 Schuss oder so und kannst mit einem Schuss einen Gegner töten. What? Habe ich noch nie gesehen, Sniper-Lead. Wollte ich dir ja mal zeigen, aber du bist ja einfach weggerannt und meintest so, ne, ich mache jetzt den Panzer kalt. Ja, genau. Wobei ich den Panzer kalt machen wollte. Der hat uns gekillt fast. Stimmt, ich habe keine Ahnung. Wernerft. Da gibt es das MG. Okay, ja. Das erste Mal. Oh, sieben MP-Schuss. Oh, man kriegt halt auch so wenig von der Munition, ja. Es hat genauso skaliert fast wie die Sniper-Munition. Das ist ein bisschen komisch. Wir sind übrigens an unserem Main-Ziel vorbeigelaufen. Auch nicht schlecht. Wieso, wir haben es doch. Das Main-Ziel ist geldmarkiert gewesen. Ja, wir haben jetzt hierhin schon mal die Mission fertig, aber bitte. Wollen wir die Pist Gegner noch töten, oder? Nö, wozu? Bringt ja nichts. XP. Aber eigentlich kann mir das alles von egal sein, weil ich bin Level 30 und dann ist das Spiel schon durchgespielt. Ja, es bringt nichts mehr, wenn du ein höheres Level bist, ne? Das würde ich noch mal gesagt haben. Doch, im Deathmatch kacken sie alle wieder in den Hosen. Level 127. Ich, seitdem ich mit dir spiele, bin ich kein Level aufgestiegen. Was? Nicht ein einziges? Nein. Das Spiel ist aber schlecht wahrscheinlich. Zwei Millionen XP, um ein Level aufzusteigen. Das ist, wie haben wir mit Level 127 kommen und Unlock All wahrscheinlich bloß, oder was? Ja, anscheinend. Ach, das waren noch Zeiten, Steven. Black Ops 2 mit Unlock All. Ach, das ist, ähm, ja, mhm. Äh, du meinst Modern Warfare. Black Ops nicht auch geunlockt, alles? Nö, ich nicht. Ach, da bist du, kleiner Hohensohn. Komm, vielleicht finden wir ja einen Adler. Hm, das wird bei der Kulisse nicht gerade einfach, Steven. Hm. Ich hab schon gedacht, du bist weggemoved, ja. Und so, als wir geprankt, dass ich schön gucke, dann renne ich auch weg. Keine Ahnung. Richtig, ja, Assi-Move gewesen wäre das. Und gucken, wo wir auch noch dies ist. Ach, machen wir das hier. Was, äh, Habermann töten und dann Trupp rufen. Machen wir das, ne? Ja. So, shooten wir uns hier durch. Wer auch immer Habermann ist. Puh. Keine Ahnung. Mann, die ist ja falsch, oder? Ja. Ich bin nicht mehr durch hier. Willst du wissen? Ich bin einfach lang gelaufen. Oh, Leute, da geht's so. Den laufen wir da lang. Du bist das Gelb angemalt. Also ich schaffe es wirklich nicht, animiert das Wasser zu machen. Es ist einfach statisch wieder hier, Steven. Was soll die Scheiße? Ich weiß, ab und zu Regentropfen, wenn du drum rumläufst, gar nichts. Doch, aber... Finde ich komisch. Doch, aber die Effekte sind auch da, wenn ich drin stehe. Guck mal her. Na, ich bin aber gerade im Wasser schon drinne. Du siehst, ich laufe im Wasser, ne? Steven, siehst du, ich laufe im Wasser, hat Effekte, ich glaube, ich stehe im Wasser, und da hat Effekte. Das sind keine Effekte. Doch, siehst du die nicht? Ja, ach mal hier. Guck mal hier im Stream, da lassen deine Graphics runter. Das sieht jemand so dumm aus. Bei mir ist da nichts. Das ist wirklich, du machst keine Wellen, du machst keinen Schaum. Ja, guck im Stil, das ist ja die Graphics-Tätigste weit unten. Ja, ich seh's ja. Absolut lost. So 70 Meter ist das Typ irgendwo. Hm. Wollen wir die Zeile machen? Ja, ich weiß nicht. Meine Herren. Ja, was am Hals. Kann man die Engelsstadtern ja auch töten? Stimmt. Meine. Oh, okay. Hat sich gelohnt. Oh, scheiße. Was? Du bist ein Genius, Mann. Lass uns, lass mich sterben. Als ob der da runterfällt. Weißt du, er hält sich nicht da fest, nur der fährt immer runter. Was zum Teufel. Ich wollte da mit drauf langlaufen. Halt, Alter. Ich hab gesagt, ich war bluten, jetzt wird wir das Stealth machen. Warum? Wieso nicht? Wir sind Sniper, wir sind keine Black-Obs-Spieler. Was ist denn los, Alter? Was ist denn los, Alter? Das ist aber gut. Jetzt rückst du da runter, oder? Der spottet uns denn hier. Kann der Typ nicht sterben, Mann? Ach, jetzt hält er sich fest, oder was? Ich bin Hedge und der stirbt dich. Oh, das ist ein Sniper. Ich bin down, übrigens. Naja, ich wurde erstmal einen Sniper getötet. Da ist noch ein Sniper. Wollt ihr mich huken, Alter? Als ob der auf einmal, auf einmal sind da zwei Sniper, weil ich gespottet uns alles ab. Da ist nichts. Oh, da ist zwei Sniper. Ja, klar. Pass auf, ist da irgendwo ein Sniper? Ich sehe keinen Scheiß-Sniper sehe ich hier. Oh, nee, Alter. Die verkämpften sich. Meine Fresse. Da. Einen habe ich. Keine Ahnung, wo der andere stand, übrigens. Oh, am Mauer stand der. Würdest du jetzt pissen aus deinem Plan? Ist er doch schon. Ja, ich habe ihn gekillt noch. Könntest du auch durch Wand schießen. Ja, dann kriegen wir ein Wackbahn rein. Achso, ja. Scheiße, war ja was. Ich gehe runter, oder? Was? Runter, habe ich gesagt. Äh? Maulkiddo. So, siehst du? Was passiert mit dem wieder, wenn sie in CSGO wieder Stress machen? Steven? Ist die Wand cool? Du siehst, was ich meine, oder? Die Wand ist geil. Absolut lost. Weil du vielleicht von fünf... ...zum Meter heruntergefallen bist. Zwölf Meter, der müsste irgendwo über uns sein, wahrscheinlich. Shit, das war ein MP! Ah, die haben uns aber noch nicht gespottet. Jetzt sind es alle wieder... ...weiß, was du gemacht hast, ne? Weiß macht Hex angemacht? Weiß macht Hex. Kennst du die nicht? Mit Tipp Hex einmal rüber, alles weiß, ja? Knife den Typen. Versuch's. Ah, Mann, töten. Leiste Feuerraum, oder? Ne, ist der Funkraum, okay. Feind sucht. Was ist das für ein Shitraum hier? Tot. Okay. Apaganderminister. Okay, und hier kann er jetzt sprechen. Das macht keinen Sinn, so wie ihr Pult steht. Das macht auch keinen Sinn. Wenn sie ihn filmen wollen, steht da so gut auf die Flagge. Aber wenn sie filmen, so wie das Funkgerät, dann hätten wir das Pult drehen müssen. Dass er hier steht. Das ist ja sinnvoller. Aber, ne? Sniper nicht. Ich meine Mühe in den DRC, was für die 30 Euro kostet, stecken. Wo sind wir denn hier? Hier. Boast doch mal ein Stückchen weiter, dann könnte ich dir helfen. Ach, nö. Weißt du auch, ich bin gerne Kacke. Da ist noch einer? Meine Herren. 2. Noch einer? 2. 2. 2. 3. 3. 4. 7. 7. 9. 5. 10. 14. 15. 15. 15. 16. 19. 17. 20. Wir würden sehr gute Werbesprüche einfallen, ja? Ey, wenn du so siehst, Brotschipshersteller XY. Ich bin dein Boy, ja? Ich mach euch doch beliebter, ja? Welche Waffe? Achtung, Sperrgebiet, nur autorisierte Person. Aber das ist auf Deutsch oder was? Welche Waffe suchst du denn, Steven? Ich hab ne Waffe gewonnen. Wer und wo spottet mich denn hier? Wo ist denn hier einer? Ja, da unten, oder was? Ja, gut geklappt, Steven. Keiner hat's gesehen. Der andere ist einfach noch gelb. Ist ein bisschen zu sehen auch nicht, okay. Ach, welche Waffe ist die nicht haben, Alter. Welche, wo denn, hä? Was jetzt? Ich hab Munition aufgesammelt für Panzerfaust 9 Munition. Ah, liegt noch ne Panzerfaust? Oh, ich hab welche aufgehoben, glaub ich. Ich denke, ja. Ich hab drei Schuss! Ja, mehr geht ja nicht. Hast du auch welche? Ja, ich hab auch drei Schuss. Wollen wir durch den Panzerfaust töten? Warum glänzt das hier? Könntest du mir das erklären? Steven, willkommen im Panzerfaust kill. Der spottet mich! Wo es glänzt denn? Das Ding glänzt bei mir. Bei dir auch? Mhm. Hm, frauen wir nicht. Vielleicht müssen wir das später machen. Wie sind wir das Storyline vorausgeben? Weiß ich, sollte ich RPG behalten? Soll ich die MP? Ich meine, würde eine MP mehr Sinn machen. Ich meine, es ist ein fucking RPG, ich meine. Was willst du damit zerstören auf Nahkampf? Ich werde einfach gehen, okay. Ich denke, man muss nachladen, ne? Es ist nachgeladen. Er spottet mich! Die Snipers, die mit der RPG spielen. Super Stealth. Das erinnert mich noch an Black Ops 2. Was? Ah, mein Autist wieder am Start. Was? Was? Sehr gut, ich hab keine Panzerfaust mehr. Ich geh hier lang. Irgendjemand spottet mich, aber keine Ahnung. Black Ops 2? Mal schon gute Zeiten. Black Ops 3 nicht. Das war einfach nur, was ich noch hatten. Ob es da keinen Spaß mehr gemacht hat. Black Ops 3 hat mir leider, aber... Das hab ich nicht mal gespielt, weil es hässlich war. Das hab ich nur ertragen mit Brotchips. Man, es könnte schon wieder so ein Merch-Aufdruck sein. Das ist, ich find, etwas verfehlt, die beiden Typen da hinten. Was ist denn Sniper-Kill? What? Ja, mit RPG-SK-Hit oder Doppel-Kill machen? Ah, lol, Eigengewahl-Treffer. Ah, das ist ein Plakat. Wie dachte ich, da ist das, ich hier noch mein Gesicht. Und dann war auch bloß ein Plakat. Ich hab übelst vier Munis lieben. Ich hab 55 Schuss. Hauptsache, ich hab Stolpermin mit. Genau das, was ich jetzt brauche. Da ist einer Piss. Ist das der, der markieren soll? Immer noch nicht? Nee. Oh, ein Safe. Ein Safe, Alter. Ich bin sogar ohne Safe-Goal. Ja. Du denkst, weil du G3 getötet hast, ne? Du musst mir die Maschinenpistole nachladen. Es springt dann Safe, auch wenn er die Combination hat. Aber gefühlt geht's ab Level 30 auch nicht mehr gut bergauf. Da ist irgendwas markiert. Äh, Trupp rufen. Ah, das ist das Funkgerät. Jetzt sind wir das Funkgerät nutzen. Wow. Ja, aber wir sind in die Map halt falsch um eingegangen, ne? Mal gucken. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was rauskommt. Naja, wahrscheinlich kommen ja die Partisanen und so. So ne Shit. Wieder gespottet. Irgendwie nicht. Mal gucken, wie die Truppen. Valkyrieeinheit? Keine Ahnung. Noch nie gehört. Er spricht Deutsch. Er spricht... Die englische Synchron spricht Deutsch. Ich brauche sofort Truppen hier. Die sind aus wie Nazis. Ich hab... Schalte die Valkyrieeinheit aus. Wo ist sie? Die kommen hergefahren. Lauf weg. RPG, RPG, Steam, RPG. Ich hab keine Money. Ich aber noch. Das wird richtig fett, der Kill, Alter. Haha. Ja. Level... Level 33, Steam. Von Level 13 und Level 33. Lol. Du hast Level 32. What? Never. So. Kaputt. Du stellst ernsthaft den Huf, der Lapp. Gut gemacht, oder? Würde ich sagen. War schon sehr Stealth-lastig, fand ich eigentlich schon wieder von uns, ja? Boah. Könnte schlimmer sein, glaube ich. Ja. So ein 30-fach Kill mit RPG kann man machen, oder? Ich hab 150 EP pro... Ich hab 150 EP pro... Ich hab 150 EP pro Gegakill bekommen, das war äh... Nicht schlecht. Oh, das ist Sniper, pass auf. Oh ja, ich loot das mal hier. Boah, ich pieke. Panzer vor dem Gefechtskampf hab ich gefunden. Nicht schlecht. Was sollen wir jetzt schon hier machen, hier, Steven? Na, den Typen da noch töten, von der restlichen Einheit. Was tun wir, den müssen wir auch noch töten? Sehen wir dich mal. Hm, okay. Ab ihn. Ja, bis immer noch. Schalten sie die... LMG, Muni. Irgendwo hier liegt ein LMG. Denken aufgeflohen, was? Wo? Schalten... Schalten... Hä, ist das die Übersetzung, Alter? Schalten der Valküre Einheit. Sie erklären mir das, bitte. Ich hab ein G gefunden. Nice. Aber... Was ist die Station? Schalten der Valküre Einheit, bitte. Was soll man das sagen? Schalten die Valküre Einheit aus, oder so, wahrscheinlich. Ja! Das ist er hergeholt. Noch ein fucking Sniper? Wenn der noch Valküre Einheit erzählt, dann weiß ich auch nicht. Nice. Oh, noch mehr. Was? Der hat Hex. Sieh, mir guckt er nicht mehr und schießt in die Richtung. Nice. Ähm, was müssen wir noch machen hier? Lass mich gucken. Und noch noch da rein. Die eine Mission. Der muss ich mir Pizza-Brot-Chips holen, oder? Ich hab richtigen Hype drauf. Was auch nicht. Ich hab Lust auf Pizza, aber... Ich will mir keine Pizza-Cheer, aber... Aber... Brot-Chips ist es halt so. Nice. Ich seh schon, ich muss morgen noch mal einkaufen. Vor allem einfach einen Einkaufsfonds mit Brot-Chips holen. Weißt du, manche Leute hamstern... ...Milch oder Butter. Ich... ...Brot-Chips. Aber hamster will ich nicht sagen. Naja, Corona-Zeit. Ich hab eine Packung gekauft. Also Hamster kann man es wirklich nicht nennen. Aber ich würd gerne. Aber ich will ja nicht den anderen Leuten ihre Brot-Chips klauen. Wenn ich keine Brot-Chips habe, wäre ich auch pisst, ja? Da verstehe ich keinen... Er hat Spaß auf, ja? Ohne Brot-Chips. Oh, das ist einfach umgekippt, Steven. Superte Corona. Die ham... Ja? Du hast den Satz nicht vervollständigt, Steven. Ja, die haben die Leiche gefunden. Ja, und? Offizier ist tot. Der andere Typ ist tot. Der ist auch tot. Meine Fresse. Jetzt ist er tot. Der hat uns gespottet. Scheiße, ey. Was kommt denn noch, Kleiner? Der Helden ist ein schmuter Typ noch. Ich sehe ihn gar nicht. Der deckt mal aufgeflogen. Von wo denn? Wo schießen die denn? Ach... Ein Ausbuchzeichen. Da sind vier Stück. Drei Leute noch. What? Beine hab ich weggeholt von den drei, vier. Nächst mal, das sind vier hier. Pusche ihn mal weg. And now. Was? Wir wirklich jetzt? Danke. Hä, was ist passiert? Hat die Katze getriggert? What? Ich bin einfach lang gelaufen. Hä? Jetzt sind hier alle Feinde weg, Steven. Was? Doch nicht? Die sind einfach weiter gemovt. Die sind einfach weiter gemovt in der Katze. Man ist auch für Englisch zu labern. Ich verstehe das nicht. Komm, wir können jetzt gehen. Oh, meine Fresse. Die Explosionen ist viel zu klein von den Fässern. Wir sollen aber dann wirklich NPC-Skill. Ach, da hinten, oder was? Hockst du in einem ekligen Brunnen. Na komm. Hallo. Wird doch nicht roadcrossing, wenn du dich triffst. Danke. Läuft du schon zum Ziel ziehen? Ich glaube, wir werden einfach nachher laufen, ne? Läuft du Richtung Ziel, oder wo läufst du hin? Ja, ich werde jetzt einfach zum Ziel gelaufen. Ja, da kommen zwei Panzer. Oh shit, die müssen halt wirklich dahin. Ich kann nur einfach eine Panzeranlage vorbei, Steven. Das sind zwei Panzer. Nach mehr? Hm. Wollen wir jetzt move, ist die Frage. Über die Brücke, über den Panzern, oder? Mach mal mal kurz den Panzer kaputt. Stimmt, ich habe eine Idee. Eigentlich will ich kein Medikin nutzen. Warum habe ich ein Medikin? Ich meine, Steven, wozu habe ich? Was, warum liegen die jetzt da? Ich frage mich. Du hast zu denen geworfen, okay. Die prallt von diesem scheiß Panzer ab. Meine Fresse, wirklich? Ich habe es geschafft. Läuft dich ranwerfen, das geht denen. So. Wenn du oben, Alter, dann ist es wie Trampolin. Es macht dich nicht mehr kaputt. Der qualmt, da fehlt noch ein bisschen. Sicher, ich habe es, ich habe es. Ich habe es hier raufwerfen müssen, und dann die Köder, oder was ein Stiel dran hat. Oh, shit. Steven, ich habe die Lösung gefunden. Oh, nur du hast, okay. Was? Oh, meine Fresse. Ich konnte dich nicht da ran schießen. Ich konnte dich nicht da ran gehen. Ja, es macht ja nicht mehr Damage. Hilf mir doch endlich mal. Achso, du bist da, oh mein Start, aber es. Hab ich doch eben. Du hast was geweint, weil meine Arte nicht getroffen hat. Nee, hab ich gar nicht. Klar. Genau gehört. Ich habe gesagt, hinter uns, ich bin da. Gehinten hat euch auch gehört. Ich bin auch fast da. Ups. Du treffst mich nicht. Er geht. Ich glaube, der Panzer ist eh down, oder? Der Schütz ist raus. Nee, der Schütz nicht raus. Von der hätte ich inzwischen treffen können. Warum stapeln die immer weg? Vielleicht treffen wir es ja. Ist es runtergefallen? Nein. Er wirft das wie ein Ostereier. Gar nicht. Warum wirfst du Ostereier? Was haben wir dir getan? Ich gehe jetzt einfach hier runter. Es ist mir zu schwul hier, das alles. Ist der jetzt kaputt? Wir hätten alles mögliche kaputt gemacht. Er ist jetzt down. Ach, ich will ihn doch kaputt machen. Rucksackladung. Der Fahrer lebt noch, aber der ist ihm jetzt egal anscheinend. Mir ist doch egal, wenn der Fahrer egal ist. Ich kenne es schon, Steven. Oh, shit. Oh, shit, Steven. Ich muss mich hochholen. Steven! Eeeh! Ego-Trip. Ego-Trip-Conver. Siehst du, er wird noch weiter weg. Geht nicht mal dafür, Abzug. Kein Englisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man, ich war mir immer besser. Peace. Was? Sie waren auch gut geleistet, ja? Der hat ein paar Zeit gekriegt. Das ist mal nett. Du hast mich mal nicht beleidigt. Was? Ich beleidige dich sonst auch nicht so oft. Auch nicht so. Okay, ich war Löw wirklich level 32, schade. Ich habe gerade Zeit, dass ich wieder so 4xp bekommen habe. Also, die Mission heißt nicht ohne Grund. Todessturm ist einfach halb los. Ja, komm, wir machen da 30 Sniper hin und 15 Panzer und 200 Einheiten und dann wird tried. Naja, es ist halt, wenn du es safe machen willst, ist es dann schon schwer, ne? Ja. Schwieriger. Ja. Ich bin bereit. Du wurdest zu einem Spiel eingeladen. Du hast mich eingeladen. Ich habe ganz Brotchips, die wichtigste Grundhung sind. Hey du Schnitten, ich bin jetzt live. Okay. Ich bin bereit. Vielen Dank. Kannst du schon mal starten? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Wenn man, ähm, er war einfach gemutet. Hast du gehört, dass ich wieder da bin? Nein. Jetzt Pech, weil du... Ja, hab ich geautocardt. Genau. Weil ich, ähm, die große rotleuchtelampe auf dem Wissbund ignoriert hab. Ich hab' nicht gekriegt, dass das Mikrofon gemütet ist. Jetzt läch' ich da wirklich ne rote Lampe drauf. Oh Gott. Really? Wieder so'n MP-Massaker, glaub ich's eben. Ach, da oben ist er. Ich hab' nicht so'n Teufel, du! Fetter, alter, versüfter, verkeimter, dreckiger Bastard. Ich... Ich schließ'n exklusives Fass an, wo er daneben steht. Und ich stirb' nicht. Denkt so, ja. Gein. Mal ein bisschen krachig, oder? Ja, was müssen wir überhaupt machen über... Oh Gott, alter, so viel. What? Wollen wir erst mal die Minen untersuchen? Pfff, lass'n erst mal der Kill, du hast ja keine Ahnung. Ja, was wir... mach, äh... Kannst du auch markieren, wo wir hingehen sollen? Ja. Mach' mal. Hab' ich. Es müsste blau jetzt bei dir sein. Keine Ahnung. Ihr klatscht mit ein paar Noobs. Du weißt, du kannst dich nicht selber klatschen. Hallo? Hallo? Hörst' mich? Oder bist du wieder gemütet? Maul. Ja, was? Mach' mir schon Pinstringen, die ihr toll gemacht. Tut mir leid. Wirklich? Munition knapp? Really? Bist du MP? Das Sniper haben wir noch, Steven. Ich bin gerade MP. Okay, auch laut gehen. Let's taste me some Pochips. Hm? Ich brauch' jetzt einfach'n Schlüssel. Hm. Marco hat mir irgendwas geschrieben, bevor er los ist. Guck' mal. Äh, er hat uns beiden geschrieben. Wasser. Hm. Verscheine, dass wir Noobs sind und stinken. Ich bin weg. Ich gehe mal. Okay. Und welchen komischen Shit dran geschrieben, der sich vorgelesen hat. Ist da einer drin, oder? Noob. Sollen wir jetzt wirklich einen Scheiß Schlüsse suchen, oder wie? Ja. Irgendwo in einem von den Kreisen wird scheinlich der Schlüsse drin sein. Hm. Wer ist denn dran, ne? Wow. Wissenschaftler betäuben, Termine neutralisieren, Wissenschaftler betäuben und Papiere stehlen. Also eigentlich nicht. Hm. Unlosch, dass wir es auch nicht aufschießen können. Vielleicht in irgendeine Leiche drin, oder so. Ich hab'n hier'n Offizier getötet, vielleicht hatte der den. Ich hab' auch'n getötet. Ha, Atenery kommt schon an. Nice. Ah ja, ich hab's. Okay. Was? Ich mein' den Schlüssel. Ja, Atenery kennt die eigene Mates, oder? Heads up. Ach, aber der überlebt, oder was? Komix. Hab' ich... Ich hab'n Granatengürtel getroffen. Man! Ist auch das größte Pack, wenn... Wenn du Stealth spielen möchtest und machst deinen Granatengürtelkill, ne? Ist das ein bisschen doof. Oh ja, oh, so viel Money, geil. Wah? Oh ja, ich will auch Money. Oh ja, oh. Oh ja. Irgendwie so gar keine Money. War doch hier hinten. Weil ich alles habe. Oh nein. Ist das wirklich so? Ich hab' halt manchmal so fast gar nicht. Hm? Vielleicht mich noch untersuchen. Hä? Ja, deswegen. Verarschen? Ich dachte, ich weiß nicht, wenn wir fertig sind. Hier liegen. Britische Flaggen? Ich dachte, wir kämpfen gegen Nazis. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Wissenschaftler, die wir betäuben sollten, der ist tot. Gut. Oh, ist doch nice. So, komm, wir haben jetzt schon gefunden. Aber wir betäuben. Ich hab'n gekillt. Das hier glaube ich auch was betäuben, oder? Meiner, die erste jetzt auch. Macht auch nichts mehr jetzt, ne? Weiß ich nicht. Letzter bei den... Weiß ich nicht. Letzter bei den Brotchips, weißt du, da war so über zwei Krümel drin. Und hier ist einfach nur so eine Riesenstücke drin, ne? Ach, wir sollen den Panzer zerstören. Hm? Warte ich? Wo bist du denn? Bist du da durchgekommen, Steven? Gar nicht. Du solltest einfach den Panzer, der da hinten ist, zerstören. Okay. Ja, das hat mich auch gerade etwas verwundert. Das ist jetzt der Punkt, wir sind uns angezickert an dem Schreibtisch. DLC, null verbuggt. DLC, premium, hochwertiger 34 Euro Content. Nein, tut mir leid. Der Season Pass kostet 34 Euro. Die einzelnen Storys kosten 10er. Plus, der Diktator kostet 4,90 Euro. Also im Endeffekt kannst du einen Season Pass kaufen. Oder jedes DLC einzelne ist genau so teuer. Wo ist der schon wer einer von den Faggots? Also wir sollen Wissenschaftler, die Papiere stehlen? Dreimal? Ne, doch. Dreimal Papiere stehlen. Einmal müsst ihr es schon geschafft haben. Hast du ihn getötet? Oder hast du alleine gestorben? Mhm. Was soll er alleine sterben? Corona war ich gerade nicht. Oh, du weißt doch nicht. Hier ist noch ein Wissenschaftler. Wie soll ich ihn betäuben? War einfach gekillt. Einmal mit dem Kopfschuss betäuben, würde ich sagen. Du sollst ihn einfach ausknocken. Man! Ey, hört doch mal auf, mich zu schießen. Ich habe einen Map-Bug gefunden. Map-Bug? Wo bist du überhaupt? Boah. Sorry, friend. Du bist irgendwo ein Sniper. Ey, wo soll ich mich denn hinbringen, den Typen? Wer ist der aber hier gespottet, Alter? Jetzt soll ich den da hinten hinschleppen? Willst du mich triggern? Ja, wahrscheinlich, wenn du es selbst spielst. Ja, ich muss niesen. Oh, Alter. Der Ballard. Ich muss meinen Kumpel beschützen. Und du bist hier drinne? Mann! Ja, ich bin tot. Ich weiß nicht, wo der scheiß Sniper steht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich kurz heilen. Der spottet mich überall. Das ist ein Brotschips. Ja, Map ist null verbackt. Mh-mh. Ok, wir konnten. 300 Meter in die Richtung müssen. Na komm. Ja, ich bin hinter dir. Mach. Wir können nicht einmal drüber. What? Ich bin tot. Ich geh diese Typen. Schieß doch mal auf die... Ich bin tot, ich muss mich heilen. Ja, ich bin schon wieder fast down. Ich hab die Chips zu fressen, Mann. Alter, ich hab mich geheilt. Ja. Ich dachte, du hast dich geheilt. Ja, ich war full life. Und dann waren sie immer noch... Oh, ich mach dich, ich won it. Ich hab keine Ahnung. Wo krieg ich denn Damage? Ich bin komplett down. Die machen ultra viel Damage. Pass auf, Alter. So, wo ist hier ein Sniper, der Damage drückt? Irgendwas? Ich weiß es nicht. Das macht auf jeden Fall so viel Schaden. Hast du den Wissenschaftler noch? Was? Das war ein Sniper, Alter. Das war ein... Was ist... Kann du ein Sniper? Ich hab keine Ahnung. Hier ist doch keiner mehr. Ja, als ob der von da hinten irgendwo snipet. Ich seh jetzt nicht, dass ich mitten in den Blumen liegt. Aber wo schießt der mich an? Ja, das wisst du, was ich meine. Geh, geh, Alter. Der schießt einfach durch alles durch. Ich weiß es nicht, Alter. Äh... Waaah! Der ist im Haus drinnen. What? Der ist im Haus gebackt. Hier bei uns. Der schießt irgendwo aus dem Haus raus. Guck doch mal auf der Map. Der ist irgendwo hier. Hier ist aber kein Gegner. Oh mein Gott. Premium Content. Hier spawnt mich ja irgendwo einer. Ich hab keine Ahnung. Eeeeeeey! Ab in... Genau! Hier oben ist er! Wo kam der denn jetzt her? Immer noch nicht. Wo kam der denn her, Alter? Der ist hier drin gespawnt? Ich hab das Pip by the way. Alter, ich stehe auf dich hier durch. wo ist denn der typ was da auf dem balkon genau auf dem balkon steht einer ich krieg plock alter du scheiß ich gebe ein headshot und sein dreckiger helm fällt bloß ab ich hätte fast was sehr gemeintes gesagt ich habe es noch zurückhalten können ja genau das ist diese frage woher habt ihr diese geilen premium die will ich auch haben ich meine in dem premium spiel kann man auch premium content abliefern so wie ich jetzt ja oh gott das ist richtig meine fresse was dieser oh gott ja schon wieder die hätten ja ich sehe gar keinen weiß gar nicht warum er drei leute sich auf der web 3 da unten ist ein huso da und noch denn du musst im laufstech drin seine meine herrn hast du endlich alter ich bin ja mal dermaßen low zwei runter fall ron was trinkt medipacks alter nicht nur du ich sag mal shit da siehst du was ich halte mich auch wo ist dieser sniper bitte und wieso kann der so schnell schießen alter sonst schminkt er sich doch erst vorm schießen oder nicht steven willst du dass deine schminke vergessen nein ich meine der sniper schminkt sich wenn der hätte mich jetzt noch mal wenn ich hier lang gehe dein lücke habe er da ich bin schon fast tot ey ich bin tot ich muss mich heilen hilfe mach dann können sie das selber killen wie denn du wirst doch einen fetten wissenschafter ich sehe gar nicht steven ich habe keinen breakpoint du musst vorlaufen wissenschafter verstecken 300 meter du sagst seit drei du sagst seit fünf kilometer auch 300 meter du bist schlechter als google maps dieser war kein feind oh shit ok wir gehen hier um 7 ich sehe ihn ich sehe ihn naja so da ist mir scheiß egal ich muss kurz mal ein gespräch mit den hohen sollen führen du dies du dies du bist falsch schon aus sicher ich glaube nämlich nicht weg er verdiente bitch alter ja halt denn den englisch klarer kannst du es auch vergessen hier was würdest du sagen ist 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 der konten der meinung nach family-friendly findest du oder ja ziemlich ne und meine vom von den kommentarys her ja es geht um pizza brotchipps ist schon sehr family-friendly ich hasse das was wie viel damage drückt er denn ich bin einfach half life von einschuss ja was move denn hier alter da oben oh noch ein wissenschaftler muss ich dir auch tragen wie jetzt können wir keinen wissenschaftler mehr abgeben wir können keinen wissenschaftler mehr abgeben weil die alle tot sind ist doch gut oder das ist nicht gut du hast das pfeifen ne ich sehe es nur rot leuchten was was als ob die mich hier oben hinten damit mit ex was ist denn die alter biesenkammer wir haben richtig angemacht jetzt erst hier laufen wir alle mit semi rage dann rum den fick ich jetzt gefickt da bist du denn mal alter im kopf kriegst du halt so ach ja hier hast du mal 3 xp für für den triple 360 no scope kriegst du mal 3 xp hast du ja verdient teile gut ein was kletter doch nicht da runter meine fresse easy ex x liegt den komplett egal hier wie sie einfach alle weggeklatscht was für die idioten ki alter in dem fall in dem fall sie haben einfach komplett vergessen sie killen mich und haben mich einfach insgesamt vergessen so ach da war einer gewehr munition voll läuft bei mir du am brot chips necken der typ das hat man ja das hört man ja aber du im stream hört man das nicht aber ich esse gar nichts na punger ich meine ich esse indirekt ich esse ich pizza ich möchte nicht wissen was da dran ist damit es nach saline pizza schmeckt aber ist mir relativ egal ähm dass wir einfach vorbeifahren Johanna würdest du die machen? gerne papierisch die wollen wir das machen steven rein auf gerade hin ah ok ich hab's doch schon markiert ich bin nicht gewohnt dass du das machst deswegen ein kompletter was ich kann auch wenn mich wieder sieht aber ist mir auch scheiß egal ja hier decken muss aufgeflogen hat halt einfach im maul ja ja komm es da einfach ist mir auch real ist irgendwo das safe oh rot chips so woher jetzt hin terminal realisieren also ja also aber erstmal müssen wir vielleicht ein paar Leute töten die sind vielleicht alle ein bisschen pissed warum warum was hast du getan nix einfach muss ich die hängen gelaufen ob stirbst du denn so schnellisch? was machst du denn? oh was? was machst du denn so? hä? was machst du denn? hä? was machst du denn? hä? was machst du denn? hä? guck mal her ich hab doppelt so viele kills wie du du nasebär du ja du hast keine freundin deswegen kriegst du die bekommen wir haben nicht gespottet sehr gut super mega ninja stealth hier unterwegs richtig billiges medium wasser und ich trinke eigentlich kein medium wasser das ist halt so komisch und wo muss ich konnte ich habe gerade das auch gemacht und wo ist die kohensäure hin alter ich verstehe ich verstehe keinen spaß wenn man die kohensäure klaut ja so das kohensäure was ist markiert das riesen fette fragezeichen nebenan genau wie viel mehr das noch sind wenn du im kreis drin bist ja oh gott sehr viele feinde er kommt wirklich über diese scheiß kante rüber alter wirklich ach sniper lebt wo sie mit dem sniper alter wo hat mich bitte gerade ein sniper gesponnen steven der wird ist ich frage es ist auch nicht was haben die typen gegen bücher mann was haben die bücher ja 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 was macht doch noch mehr damage was von der absolute auto bin tot willst du mich verarschen alter guck doch mal wie viele leute hier sind ja was pusht du denn da ey du pusht doch du lässt mich mit der major alleine hier liegen was legt der jetzt nach ach ich hab ja kein crosshair mehr ich hab ja kein crosshair mehr wenn ich mich miss ja 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 du hast du da umfasst alter der damage ball oder heißt panzer alter fahr weiter reiß dir ein stücker hä von mini-hub sind sie da aber in echt ist da gar keiner bist du denn jemanden machst du dir einfach kalt ja so nämlich ja weil der sich bewegt hat ein bisschen rumzappeln und dann hast du oh gott ich sehe nicht alles was die kommen muss ich einfach schreien damit es einfach real wirkt mein druck ist fertig stevie ach jetzt sind sie es genau tot der hat auch ein mg gehabt oder sowas lmg oder ist der tank down what the fuck wo kommen die jetzt ja das frage ich mich auch mhm du bist ja eben doch um die hausecke rumgelaufen wie kannst du schwer da sein ey der ist ja eben da langgerand der war schon da was soll denn das warum sagt er denn jetzt so spin bot hab ich gesehen nimm das headshot wieso nicht warum ist das scheißspiel immer so laut ey ich meine warms ist schon ein cooles spiel eigentlich mal so warum nicht ne so machen wir jetzt den tresor wieder hier oder was machen wir ja ich würde zuerst hier das machen was auch immer hier ist ach da ich hätte mich nicht realisieren ok man jetzt geht auch drauf da nope loot loot was ich habe irgendwie gerade ein lkw zerstört ich weiß nicht wie aber wo ist jetzt sniper natürlich ist da oben sniper laut aus dem sniper auf dem turm oder was müssen wir hier machen ja äh ich habe keine ahnung das ist ein typ übrigens da versuche mal den typen zu killen ja der typ da unten der auf den strass hat das down eigentlich macht dich halt so down ne ja der hat ein mg deswegen macht das so viel damage mann warum sniper warum siehst du ihn nicht an hauptsache wir sieht den scheiß panzer da aber nicht den typen der davor steht meine fräsen in dem bereich soll jetzt irgendwo ein typ sind den wir töten müssen oder was welcher bereich ne was soll man hier machen terminal neutralisieren also wenn der typ terminal heißt dann dig an die übersetzer ja was ist denn terminal wo soll das sein was die spiel alle mgs die spiel alle des mgs nur noch ich habe 41 ihr leben ich auch alter die spiel alle des mgs was ist das denn für ein toxic shit bin down ja ja ich kann dich mal schnell das ist geil wenn man kein crosshair hat oder was wie ist er einfach nicht juckt wenn ich ihn treffe mann für die explosion hat er einfach auch nicht juckt halt die explosion sind so die sind so useless die machen keine rangers damage machen so auch ich stehe daneben auch darauf explizieren mein chicken ist auch ok die müssen wirklich bestimmt drinnen stehen oder ja die müssen da wirklich dran lecken gerade damit du da wirklich äh damage machst nen kill halt machst das ist alles so unbendingst ja das mg macht dich halt fast zu woher der wieso hä war das das anscheinend war der tanklastersterminal frag mich nicht ich hab keine ahnung alter wie ich das geschaffe einfach aufgeschossen hä hä gg gg an den übersetzer würde ich sagen oder zerstörtes terminal boah lkw zerstörter das ist fast das gleiche terminal und lkw oder tanklaster und lkw klingt auch eigentlich fast gleich vom wortlaut verhältnisse macht es keinen unterschied eigentlich machen wir dich jetzt hier drin weiss nicht äh kannst du kurz warten worauf ich äh wollte kurz an den drucker gehen den nächsten druck starten ich loot die leichen mach mal ja ja gut bis äh gleich ich steck mir doch schnell Brotschips auf bis morgen und brotschips alter warte warte muss ich weiter warte auf warte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 in die Richtung Untertitelung des ZDF, 2020 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 wirklich 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 was natürlich auch der granatengüttel wenn ich direkt vor ihm stehe ja aber sowas von gg alter möchte nur mal sagen dass kein feind mehr sehe und wenn wir drinnen sind da wieder 10.000 ach aber er sagt hitler in der sinco er morgen den führer oder hitler wo wir ihn doch muss ein general töten eben bloß ist ja nicht mehr durch nein er soll hitler sein und gesagt eben ein führer hat er bei mir nein er hat hitler gesagt er bei dir bei mir nicht fertig selber die machen clip am glück gemacht wie die beweisen du hast vorräte gefunden was ich habe mich schon gespottet aber es macht relativ rede alter jetzt ist es hitler töten ja ja siehst du meine herz ist so der führer ist hitler hat das man ja auch gesagt ja es ist einfach hitler aber der wasser dienen steht jetzt auf deutsch über den rest hat sie gebogen oder was das spiel ist relativ lang raus da wird auch keine wo sich werden du mal sniper what zeigt mir den schmink spiegel wo hast du den sniper ja was glaubst du denn okay die komische durchsagen sind auch ein bisschen aber das ist wenigstens auf deutsch außer seine sprüche die sind auf englisch das ist halt so ein bisschen so ein bisschen naja ne wir machen geld wenn wir hitler töten ah ne der führer ah ne der general admiral ah ne doch wieder hitler sieben du wirst mich niemals finden ich auch nicht warum wir nicht mehr bin bei dir oh shit wer hat mich gespottet ja natürlich spotten nämlich von dahinten 120 wieder mit weg sehen die mich natürlich wenn ich hier stehe legend siehst du doch auch what ja aber steven du stehst den ganzen tag da und guckst dir die scheiße an wenn die auf irgendwo menne kicken mehr steht ja ich will klettern oh meine fresse glatte mistkerl was ist das für eine beleidigung gut wird zu beleidigen auf jeden fall was oh shit wie kommst du dir runter mal schnell genau auf mir drauf also entweder blech tot oder ich bin daneben ich bin ich bin auch schon fast tot gut klappt oder warum ist jetzt ein boot ist die ganze zeit schon da macht man das kaputt gar nicht anscheinend vip boot alles klar auch nicht sagen wir nicht dass hitler jemand abhaut safe court ist das admiral sein boot ja admiral weiß ich was admiral und jetzt ist der hitler und dann ist es wieder der führer und das ist sie konnten sie nicht entscheiden er ist ein guter punkt der müsste da irgendwo sein ja da ist ja wirklich halt irgendwo hier und dort ist ein gegner ich weiß aber nicht warum er spottet mich hier auch da ist er wow ja frag mich nicht ja du hast einfach meine kills wow keine money mehr ja der puff zu schuss nur noch wer spottet mich denn schon wieder hier da hinten oder was oh du kleiner cracker ich kill dich gleich pass auf piek einmal du bist tot was pieken lol ich lol ich hab durch die kiste geschossen und mach einen herztreffer aber ich mach einen herztreffer ich hab mich nicht mal gesehen ich schieße einfach ins herz ich hab glaube ich noch nie herztreffer gemacht oder so lasst uns wieder dieses wunderbar animierte wasser angucken was einfach absolut scheiße aussieht wollen wir ihn abseilen steven ja wo ist denn alter könntest du noch stealth machen steven ne was macht der da bei dir hat der gerade bei dir eine fallanimation gehabt steven ja er hat mir eben geschrien wie sieht er sich wunderschön aus sieben alles mit diesem statischen wasser wunderschön oh sieht das hübsch aus nämlich gar nicht die ganzen feinde spotten alter das ist ja viel zu viel ich hab nen sniper gespottet ja ich markiere mal ölfässer weil ich das kann nur markiere allein sind markieren lol wie er das betont posten wieder einnehmen ich wiederhole die ganzen scheiß fässer das bringt doch gar nichts auch klar wenn sie kaputt schießen hier ist das schwachstelle von der u-boot aufhängung das interessant wieder mit unseren freunden töten sieben wenn da wenn da kein schickes wärtchen hat dann bin ich enttäuscht von von ist ein bonit ne duuut wer war das augen auf malten ups die werden ich glaub die haben russisch ruller gespielt auf arbeit genau das ist der spieler kein russisch ruller auf arbeit ja gefährlich arbeitsschutz arbeitsschutz hasst diesen trick ja easy guck in dein ass steven weißt du was lustig wäre steven wenn sie hier in der artillerie schießen weil hier ist ein deck über uns hier kann keine artillerie hinkommen ja ich würde das spieler noch zutrauen dass sie in der artillerie einschlägt ja hallo mach mal nicht hier die rechner kaputt steven aber was ist denn das hier der große kreis hier hitler töten das steht wieder hitler amorten den führer was denn hitler oder führer oh shit da geh ich nicht hin nicht hier oben ich versuche den sniper zu killen ok sniper keine ahnung wo ist tot noch er hat uns ich hab hitler gespottet wo 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 ist ardi mit der krone ah stern krone der mit stern hat er eine krone auf wenn du aus dem ding raus bist hat er eine krone ach so man jetzt hat er anderes als symbol wenn du es spottet wenn du es ist es ja das ist unlogisch das ganze spiel ist unlogisch irgendwie mittlerweile wirkliche spotten steven wird das ein schöner fight ja mal gucken da oben sind zwei nur zwei ja dann tötet ich doch die zwei wenn du hast du nicht verkackst ne da geht grad die treppe runter also ist nur noch eine hunde marken entfernen boah tg translation alter die copy & paste den shit auch bloß hab ich schon gedacht dass ich diese statische wasser so hübsch finde es ist hübsch es fließt sogar einfach durch die wand durch hübsch hast du auch ein guter spot oder was hier ist einer drinnen steven ja ich weiß ich find den aber nicht er hat mich doch gekillt was ist passiert ist die zwischenzugkanz auch hä hast du die zwischenzugkanz gehabt steven ja was war das eben hä was machst du denn da machst du irgendwas gar nichts hä was sind das aber was sind das wir zwischensequenzen ja die zeigen uns die scheiß sicherheitslücken aber jetzt wo ich wo wir fast fertig sind ja ich meine jetzt wo wir einfach so komplett drin ist und schon halbstündig rumschießen das klingt ja ein bisschen rechtzeitig töten ne ein bisschen was gleichzeitig rechtzeitig nein rechtzeitig weil ja nicht dass er abhaut mit seinen vip uhrboot mhm ich möchte gerne in den hodensack schießen er macht doch alter du musst das nicht dauernd wiederholen das hast du aber der scheiß hodensack alter übelst schießt hier was ist das ja meine ich oh ja da ist hitler wir können den anerfangen lassen will ich nicht alter die scheiße das ist so dumm ja ich könnte ihn töten ich könnte ihn töten den scheiße ich weg den scheiße ich weg die sind gelb die sind gelb du bist noch ein paar in die hälfte was für ein scheiß rohr ist das was ist das für ein scheiß rohr ja ja lol man kommt hier nicht mehr rum wenn man hier unten ist die kann sich gar nicht hochklettern wirklich jetzt du sollst das scheiß rohr runterklettern habe ich gesagt du sollst das rohr runterklettern ey meine herren geht es noch langsamer aber jetzt auf dem weg mal zu zu adi machen machst du der ist auch entdeckung schon die ganze zeit shit Glückwunsch dir für eine sehr gute sniper mit distance schüsse zu machen warum hat der typ dich gehört gar nichts hat er gehört weil ich halt gerade am vorbuschen bin oh loot 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 alterfaust gefechtskopf nochmal zwei stück sehr gut kann ich mir unseren freund markieren hier schön ihr fragst du wie komme ich da rüber steven zu denen ich doch nicht und die sache ist auch was ich jetzt machen werde anzeige willst du mich anzeigen ja ja natürlich schieße ich auf seinen granatengurt ja meine ich richtig cancer oder erstmal so über 120 meter weit weg schießen ja von granaten warum reicht hitler weg mit der ganze zeit mit der ganze zeit pisst das habe ich doch gesagt das pisst wovon weil alle weil alle generäler pisst sind was hast du getan du wieso denn ich vorhin frag mich doch nicht das ist das crap spiel ich bin ich bin weil du alle weg gesniped hast waren sie irgendwann gelb deswegen rennt hitler jetzt nur verdecken weil du geschaut ich habe nichts gemacht ich bin übers rumgelaufen und habe mich gefreut über das dumme scheiß was das komisch war ja genau das war halt wirklich so ja genau das war halt wirklich so ja das war halt wirklich so maul ich stelle killcams auf oft ja und ich habe es jetzt keine einzige killcam bekommen gg dafür darf ich sagen warum hast du hier an alter die sind so vernerftig ich habe sie auf nichts gestellt ups äh nicht wenn ich hitler töte würde ich eine richtig ausgiebige killcam haben deswegen do you understand me? nope ok Hitler hat sich wieder beruhigt übrigens ja sehr schön ich bin schon ein bisschen auf dem weg aber ich habe noch das ruf doch nicht du Nase ich? nein der andere Typ ach so mei gleich wieder angesprochen gefühlt aber das ist noch ein Typ der getrillt wer möchte jetzt bleib stehen jetzt bleib stehen jetzt bleib einfach stehen du Hund du Metsch da fast hat er geschossen das wäre wieder geil gewesen dann alle wieder pisst was? was hast du gemacht? das ist also eine eine killcam auf oft ich bekomme auch jetzt für dich killcams ja? ey Leute das geht jetzt da an was ich die auch angemacht habe du hast die auch angemacht? ja hattest du vorher gar keine anderen was? nö aber wenn du jetzt welche andere hast habe ich jetzt auch welche angemacht Leute sehe ich deine killcams? ich sehe auch deine jetzt ob wenn du meine killcams siehst scheiße Steven scheiße das ist dumm alter ähm wie sie jetzt schiss haben weißt du 30 Millionen Soldaten hier und ein Sniper mach das Sicherheitsding zu mach das Sicherheitsding kaputt ich das Sicherheitsding Sicherheitsschaltung sabotieren machs wo ist die denn? ist doch markiert bei dir in der Nähe da oh du musst dich beeilen sonst ist Hitler weg ja ich renne doch schon oh das war's Falsche soll ich mich Hitler töten oder nicht? wenn du ihn äh gut triffst wie soll ich ihn da treffen? ja das ist ein Kacke war ich beruhig sicher wieder Steven ich wette der holt ab Manny joa ich renne hinterher oh Bullet Cam das ist Kacke Alter mit diesen die sind schon sehr cool aus aber halt für jeden Schuss von jedem Koop-Spieler vor allem von jedem Koop-Spieler auch gute Sache die Bullet Cam sieht hm rennen wir hinterher würde ich sagen Adi der hat wirklich ein Bart der scheiß Schisser wie er sich verpisst die kennen wir noch am Morgen? wie denn Alter wir sind hier drinnen das geht nicht wir müssten das Boot zerstören der fährt schneller als ich rennen kann wie soll ich das schaffen nice ich bin hier oben Luis ja keine Chance ich komm noch niemals ran an den ich lege ich sie weg pass auf ich werde ich mit dir den sieht man gar nicht mehr alter willst du mich verarschen? ja ja ich bin die ganze Zeit vorne ich sehe das jetzt ja er genau wenn du und und er er stoppt nicht mal er fällt einfach ins Wasser rein er fällt einfach ins Wasser rein wie ein Stein so tot was wenn du ihn nicht töten konntest ja ich weiß aber wir können wir eh vom Kontrollpunkt lösen erladen ich hoffe der ist dann wo sie noch nicht pisste wenn er wenn sie jetzt pisst sind sniper lädt ja er gibt es auf die Schnauze er gibt es auf die Schnauze wo sie sich alle pisst die muss ihre Mates die muss ihre Mates die muss ihre Mates ja oh deine Leichen sind sie nicht mehr ah diese scheiß Bullet Cams alter oh ja du hast sie in Headshot gegeben oh ja sie haben gewöhnt geklaut ok ist aber Thema den Scheiß hier ne Leichnam gefurrt aber nicht bei mir Steven das ist deiner dies ist dein Bier oh ah die ist dein Bier ganz dicht dran Steven 30 Meter soll ich erst das sabotieren oder soll ich erst Hitler töten doch egal wenn du Hitler tötest du musst du ja das müssen wir trotzdem machen er kommt hier hoch er kommt hier hoch er kommt hier hoch ok seh den hast du sie jetzt hast du sie Ãlal da sind die Warnecks da sind die Warnecks Pass auf pass auf its kloppt halt BAS das war nicht mal ein eigenweilen Treffe Guck dir die Bullet Kämmern Was ist das denn? Er hat nur ein Ei. Er hat nur ein Ei. Das war mal die beste Bullet Camp, die ich je gesehen habe, Alter. Ich habe den ganzen Körper lang gezogen. Ja, und vor allem jetzt mal den halben Fußboden gesehen, ja? Den Shit muss ich klippen, Steven. Die Bullet Camp war richtig los. Oh mein Gott. Steven, willst du einfach raushauen, oder? Was wollen wir jetzt noch machen, irgendwas? Von der Insel fliehen? Ich renne. Ja, rennt schon los. Ich bin am Arsch der Welt. Oh, rennt los. Ich bin gleich draußen. Ich bin gleich down. Oh ja. Ist doch egal, sagt er. Ich kriege Plagg bei sowas. In our? Ich bin voll hier draußen. Habt ihr einen Fettpuls, aber ist egal. Du movst gar nicht raus, oder, Steven? Bei mir mein gerade ein Gegner zu sein. Meine Herren. Wirklich? Ich habe jetzt eine Kletterpassage hier. Arloff hat Doubles? Aber er hatte bloß noch ein Ei. Also, für einen Doubel ein Ei rausnehmen? Uh. Ist ganz schön viel Aufwand. Was? Sind wir bitte in der Bullet Cam, denn das alles sieht. Aber das war immer die beste Bullet Cam, Alter. Ich dachte so, hä? Einmal nur so ein Blech. Hast du was amortiert noch? Stevie, was hast du gemacht? Zum Glück bist du da drin. Für dich nicht. Ihre Bedürfnisse. Bist du rausgerannt an den Ausgang? Nein, ich habe eine Sprengladung platziert an Geschütz. Und das hat dann alles dann in Glutti-Abbrecher-Archiven zu halten. Hey, ich habe schon vor den Punkt gewartet auf dich. Schalt's ab. Sprengladung, ich bringe keine Bonuspunkte. Schade. In 23 Minuten. Hat sich gelohnt, oder? Wirklich? Du bezahlst da 5 Euro für so ein DEC und in 23 Minuten? Aber du hast verschiedene Kehrmöglichkeiten. Du kannst ihn ja an verschiedenen Zielen töten. Cool, oder? Du kannst ihn vom Boot wegschnipen. Du kannst ihn beim Rennen wegschnipen. Du kannst ihn mit dem steinernen Adler ja, mit dem U-Boot erschlagen. Mit dem steinernen Adler erschlagen. Du kannst ihn in den Hoden-Sack schießen. Du kannst auch erst in den Hoden-Sack schießen, wenn man vom Boden liegt den Fall in den Headshot geben, dass die Boden kämen durch den Halben-Bohnen geht. Das geht natürlich auch. Ja. Wahrscheinlich kannst du auch mit einer Granate töten. Aber ich glaube, man muss keine extra coolen. Für eine Granate, in der Killcam, das wäre richtig geil. Wenn du so die Granate fliegen, die ist so slow-mo und die dann alle wegrennen und alle dann sterben. Dafür machen die Granaten zu, wenn die Schaden. Oh ja. Gut. Das war's für heute. Wir haben Snapper die durchgespielt. Endlich. Lange genug hat's gedauert. Finde ich. Fand ich. Ob meinst du? Ja. Sehr lange. Empfehlung von deiner Seite aus für das Spiel? DLCs nicht kaufen. Sehe ich auch so. Spart euch die Fingern, dass ihr euch für den Season passt. Das sind zumindest die Steam-Preise. Ich weiß keine Händlerpreise, aber die DLCs. Also ihr habt sie gesehen, das ist einfach bloß Abfuck. Nichts, Alter. Einfach bloß Todes-Kanzer. Kauft euch mal Escapees, ja. Habt ihr mehr von. Oder? Ja. Das ist ja wahrscheinlich morgenspielen, denk ich mal, oder? Escapees morgenspielen? Ja. Ja. Da haben wir wieder genug Zeit. Ich würde uns ja uns zu verwirren. Hä? Was müssen wir jetzt nicht machen? Hä? Alter, das ist kein USB-Stick. Ich will unbedingt Kunden, von denen die Mütterliebte und sind. Das wüsste nicht finden. Hat auch gut geklappt, muss ich sagen, ne? Ja, man. Das klappt bestimmt, aber wir haben irgendwas falsch. Oder krass ich bei uns geprankt, weil das Archive, was er sagt, das man bekommt, habe ich bekommen. Aber, oh, nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Würdest du noch was sagen, Sieben? Ah, okay. Wie viele Sniper-Spiele. Ein Zettel von Sniper D3-Koop. Sniper D3 ist auch Cancer. Erbo ist Wüste. Alles ist Wüste. So komplett kreatives Level-Design halt, ja. Das Zwei. Ja, das ist das Zwei-Amonie, aber die Sache ist halt, das ist der Kernste. Du machst drei Schuss, ne? Und dann bist du spotted. Aber du musst irgendwie 115 Meter weit wegrennen, damit du nicht mal spotted bist. Dann geht's nicht weg. Gott. Also richtig Cancer. Du hast einen schönen Sniper-Punkt. Machst drei, vier Kills. Ich wusste von den Togen, du musst wegrennen. Geht wirklich nach Metern. Das ist richtig dumm. Na ja. Soll ich dir was sagen? Bei Todessturm D3 gibt es einfach zwölf Sniper. Was? Ja. Stimmt, man kann sich das angucken. Du kannst bei Sammelobjekt... Scharfschützenberichte, der 11. 9, 4, 3. Der 11 Sniper! Der 11. Cancer. Wir haben 74% da, ja? Ich weiß nicht, wir haben einen Brief eingesammelt von jedem und ich habe 76% bei Ardi. Durch was? Über die Hälfte fehlt davon die ganzen Dokumenten, die ganze Shit. Da fangen wir nicht. Auf jeden Fall. Ihr seht, Cybernet an sich ist ein cooles Spiel, aber nicht die DAT ist lohnensinnig. Maximal vielleicht Hitler töten, okay. Also nein, der Führer, nee, tut mir leid, Admiral, ja? Ja, Admiral, Führer, Hitler, alles, ja? Aber der Rest ist Cancer, aber es ist unnötig OP-Shit. Wir haben auf Normal gespielt, ja? Das war schon schwierig. Die ersten haben wir dann auch schwer gespielt. Wurde dann noch bad geworden, ziehe, ich weiß nicht. Nee, also, noch schwer, ja, aber das dauert dann übel lange. Ja. Zum Beispiel Todessturm 3, das hätten wir gar nicht geschafft. Da wären wir da hoffen. Ja, ja, sind wir jetzt auch schon. Oder wir haben die Endpassage komplett geskippt. Wir haben nicht einen gekillt, glaube ich, mehr groß, Als wir draußen waren. Einfach weggerannt. Weil das waren so viele Feinde die Schadensmodelle von den Granaten viel zu gering von den generell explosiv Sachen für die Feinde. Diese Fässer und sowas bringt halt nichts mehr drauf. Die stehen in dem LKW, schießt drauf, alle sind pisst, aber er stirbt nicht. Er liegt auf dem Boden oder so. Die müssten richtig weit wegfliegen und so, damit es auch cool wenn es sich stark haben oder so. Ist einfach so, ja, okay, ist halt da. Aber es bringt 3xp, wenn ich den LKW kaputt mache, ist okay, aber mehr auch nicht. Also es ist halt nicht so befriedigend. Es ist einfach so was, Alter. Respekt an nichts, Dass du dir alle Wache auf Gold gespielt hast. Du bist es wirklich bei dem Schadensmodell wirklich nicht einfach. Respekt dafür auf jeden Fall von mir, ja. Da bin ich wirklich stolz auf dich, ja. Er ist stolz auf mich, mein Lebensziel ist geschafft. Papa, Papa mag mich doch. Oh mein Gott. Und du musst oh mein Gott schlagen, ja. Wie die fetten Amitussen. Oh mein Gott, oh. Genau so. Das, für dieses Spiel wurde ein, okay, wenn du die kooperative Kampagne startest, wird dann automatisch gespeichert, da einziges Spiel auf Hochschule überschrieben. What? Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, an sich, ist es okay, das Spiel, aber DLC ist es gerade nicht hoch, und dann, mehr gibt es nichts zu sagen. Ihr habt es ja gesehen, es ist ganz okay. Wir sehen uns am Morgen, am 18.04.2020 um lockerflockige 15 Uhr wieder und dann werden wir wahrscheinlich Escapees zwei Wörter spielen. Woo! Yay! Ja, cool. Oder, Timmy? Ja. Dir auch so. Gut. Dann habt ihr einen wunderschönen Abend und wir sehen uns am Samstag wieder. Na, Mittwoch. Am Samstag wieder. Und keine Sorge, ich schmink mich nicht, okay, ja. Ich brauche keine Angst. Tschüssi. Willst du dir irgendwas sagen, Tim, zum Schluss? Nein, möchte ich nicht. Okay, dann beendest du jetzt, du beendest ja damit jetzt nicht, weil ich gerett habe. Egal. Tschüssi. Tschüssi.